Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mehr oder weniger mich an meinen alten Themen anknüpfen und diesen wundervollen Gedanken der Macht Gottes in uns ausweiten. Und das Thema für heute habe ich genannt, warum sind die Christen so unattraktiv? Warum sind die Christen so unattraktiv? Ich möchte mit einer Frage beginnen, die wir heute im Laufe des Bibellesens versuchen zu beantworten. Und dieses Thema ist für mich wichtig, besonders in dem Sinne, wie ich gestern zum Beispiel die Statistik betrachtet habe, der Entwicklung der Weltreligionen. Und die Statistik ist sehr interessant. Es wird vermutet, dass die muslimische Religion, die christliche Religion in spätestens 2050 einheult und dann halt überheulen wird. Dass es in der Welt mehr Muslime als Christen gibt. Und ich möchte heute gar nicht darüber hineingehen oder versuchen, da irgendeine Deutung rauszumachen. Für mich ist einfach die Statistik interessant. Und dabei ist mir eine Frage sehr wichtig. Nämlich, die ich davor schon gefragt habe, gestellt habe, warum sind die Christen nicht mehr attraktiv, nicht mehr interessant? Warum gibt es Menschen, die nach anderen Dingen suchen, nach anderen Lehren, nach anderen Religionen, die für die Menschen wichtiger werden? Was bewegt diese anderen Religionen oder was bieten die anderen, was Christen nicht bieten? Es gibt bestimmte Dinge, die wir in Christen sehen. Ich habe zum Beispiel geguckt, wie sich die Gemeinde, wie sich die Christen überhaupt entwickelt haben. Im Jahre der Entwicklung kam zum Beispiel Musik dazu. Kamen geistig inspirierte Lieder dazu. Es entstand eine musikalische Kultur unter den Christen. Wir sehen weiter, die Christen haben sich entwickelt und die Christen haben zum Beispiel viel für die Kinder gemacht. Es gibt Kinderprogramme. Aber ist das alles, was einen Christen attraktiv macht? Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass in Russland auch wieder eine attraktive Idee war oder Versuch einer attraktiven Idee, indem man zum Beispiel in der Gemeinde Freibier angeboten hat. Ich möchte hier nicht über irgendwas urteilen, egal in welcher Richtung. Ich möchte einfach dich heute zum Nachdenken bewegen. Dass du dir einfach die Frage stellst, was macht mich, wenn ich ein Christ bin, attraktiv? Oder wenn du heute kein Christ bist, kannst du dir genau dieselbe Frage stellen. Warum sind die Christen nicht attraktiv für mich? Und vielleicht wirst du dann genauso mit meinem Gedanken einverstanden sein und etwas hören, was dich heute motiviert, auf einen echten Christen zu gucken. Und ich möchte hier wiederum nicht behaupten, dass ich der echte Christ bin. Ich möchte heute für mich einfach Analyse ziehen, ist das alles, was wir heute sind, oder gibt es mehr? Genau das ist das Ding, worüber ich heute mit dir sprechen wollte. Und genau das war die Argumentation oder die Ursache, wieso ich eigentlich schon mehrere Male über bestimmte Themen gesprochen habe, wie zum Beispiel Mentalismus, wie zum Beispiel andere Gaben, die die Menschen gehabt haben. Und ich möchte heute eigentlich mit Titus Kapitel 2 Vers 10 beginnen. Und dann werden wir da in dieses Thema hineingehen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Also die Bibel sagt, oder Paul schreibt an Titus und sagt, die Christen müssten etwas nicht vergessen. Mit allem, was sie tun, soll Gott geehrt werden. Oder die Lehre Gottes soll geehrt werden. Und was interessant ist, ich merke die Entwicklung der Gemeinden, dass man im Grunde genommen diese Ehre, oder die Ehre der Lehre sehr behütet wird. Dass man Angst hat, etwas falsch zu tun, etwas falsch zu machen, etwas anders zu machen. Aus Angst plötzlich die Lehre Gottes zu entehren. Aber dann stellt sich die Frage, entehre ich nicht die Lehre, wenn ich der Lehre überhaupt keinen Raum gebe, sich zu beweisen, sich zu entfalten. Und genau das möchte ich heute zusammen mit uns betrachten. Und zwar, wie war das bei den alten Christen oder bei den ersten Christen? Wie haben die gelehrt und wie haben die gelebt? Und was interessant ist in der Apostelgeschichte, ich denke mal, wir bleiben heute tatsächlich nur in der Apostelgeschichte, außer dass ich nachher noch eine Aussage von Jesus direkt zitieren werde. Apostelgeschichte, Kapitel 8 zum Beispiel. Interessant. Gab es da Musik? Gab es da Kinderprogramme? Gab es da irgendwelche Organisationen, die den Christen Ehre bereitet haben? Oder was gab es da im Kern? Was hat den Christen von den damaligen Menschen unterschieden? Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr hineingucken. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Warum herrschte in der Stadt große Freude? Was sagt die Bibelstelle aus? Warum waren die Menschen bereit, Philippus zuzuhören? Was hat diesen Menschen von anderen Menschen unterschieden? Was hat ihn anders gemacht? Das, was diesen Menschen begleitet hat. Das ist das, was wie ein Magnet funktionierte. Nämlich, viele Menschen wurden gesund. Viele Kranken wurden gesund. Viele Geistesbesessenen wurden frei. Die Menschen haben Veränderung erlebt. Und genau das war das, was die Menschen oder was Christus, was die Lehre, die Philippus überhaupt gesagt hat, für die Menschen attraktiv gemacht hat. Und dann stelle ich einfach hier diese Frage, wenn wir heute den Menschen erzählen. Was erzählen wir heute den Menschen? Passieren diese Dinge? Mal anders gefragt. Stimmt das hier mit dem überein, was Jesus getan hat? 100%. Nicht wahr? Das, was Philippus getan hat, war 100% genau dasselbe, was Jesus getan hat. Was wir heute tun, was die Christen heute tun, ist das 100% das, was Jesus getan hat. Ich lasse die Frage einfach offen. Okay? Viele denken, die Christen werden erst dann attraktiv, wenn es eine Erweckung gibt. Viele Christen denken, die werden erst dann attraktiv, wenn Gott die Welt rüttelt. Und wir sehen das immer wieder, besonders in dieser letzten Zeit, in der Corona-Pandemie, dass die Menschen einfach auf etwas warten, dass Gott die Welt zusammenrüttelt. Ich möchte dir heute eins sagen, Gott wartet darauf, bis du anfängst, etwas zu verändern. Egal, ob du heute an Gott glaubst oder nicht. Gott wartet darauf, bis du sagst, Gott, ich möchte dir ähnlich werden. Es gibt tausende von Christen, und ich untertreibe damit, die sich Christen nennen, aber die mit Gott nichts zu tun haben. Und die ihn gar nicht repräsentieren können, weil sie ihn gar nicht kennen. Und deswegen repräsentieren sie das, was alle anderen Menschen, die mit Christen nichts zu tun haben, gar nicht erst christlich werden möchten. weil Christ an sich ist nur ein Name. Gott möchte, dass wir Jünger Jesu werden. Genauso wie Jesus Jünger hatte. Und das ist das, was Philippus damals so attraktiv gemacht hat. Er ging in die Stadt Samaria, er hat dort etwas gemacht, und das wurde plötzlich attraktiv. Und das sehen wir immer wieder bei den ersten Christen. Das, was bei uns tatsächlich sehr wenig in Erscheinung tritt. Aber das sollte mein Standard sein, meine Lieben. Das sollte das sein, was mich von den anderen unterscheidet. Nicht nur, wie viel ich rede, oder was ich rede, sondern was passiert. Nicht nur ein schönes Kinderprogramm, oder super Lobpreisteam, oder schick gestaltete Kirche. Nicht, wie ich angezogen bin, sondern was steht hinter mir. Welche Vollmacht verfolgt mich, oder folgt mir, meinen Worten. Okay. Apostelgeschichte 8, Vers 9. Wir haben bei Vers 8 aufgehört. Schon seit vielen Jahren lebte in dieser Stadt Simon, ein Magier, der sich für etwas Besonderes hielt. Mit seiner Zauberei zog er die Leute in seine Bahn. In Samaria nannte ihn jeder, den Mann fragte, nur den Großen die Kraft Gottes. Was für eine Reputation hatte dieser Simon der Magier. Alle Menschen, die ihn kannten, sagten ihm, der Große oder die Kraft Gottes. So stark war dieser Mensch. Durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänger. Wisst ihr, ich habe vor zwei oder drei Wochen mittlerweile tatsächlich mit diesem ziemlich neuen für die Christen vielleicht, so merke ich das am Feedback, Thema begonnen. Was ist ein Mentalist? Oder wer ist der bessere Mentalist? Der Christ oder der Mentalist? Ja. Wir sehen hier einen Menschen, der tatsächlich sehr erfolgreich war. Er war ein Zauberer und er war total erfolgreich in seiner Kunst. Alle haben gesagt, das ist die Kraft Gottes. Und plötzlich ist interessant die Reaktion dieses Menschen auf das, was auf ihn zukommt. Nämlich, als Jesus in dieser Gegend aktiv wird. Als der Lehrer Jesu Ehre gemacht wird. Okay? Dieser erste Bibelfers aus Titus. Plötzlich verändert sich dieser Mensch oder er merkt etwas. Als Simon sah, Vers 18, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an. Gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Dieser Mensch, der total erfolgreich in seiner Kunst war. Der total erfolgreich darin war, einen anderen Gott, Gott dieser Welt, groß zu repräsentieren. Als er merkt, dass die Christen etwas repräsentieren, das größer ist als seine Macht, versucht er diese Macht mit Geld zu kaufen. Ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass die Christen damals attraktiv waren. Dass sogar die attraktivsten dieser Welt zu den Christen gegangen sind und gesagt haben, das was du hast, möchte ich auch haben. Ich möchte dir heute die Frage stellen, hast du Menschen erlebt, die heute genau dasselbe zu dir sagen? Das was du hast, möchte ich haben. Siehst du auf den Straßen Millionen von Menschen, Tausende, wenigstens Tausende von Menschen, die sagen, das was diese Menschen haben, möchten wir auch haben. Ich nicht. Ich sehe ganz viele Menschen, die auf der Suche sind. Aber ich sehe ganz viele Lösungen, die bereit sind für diese Menschen. Nur diese Lösungen kommen nicht von den Christen. Es sind attraktive Lösungen. Es sind zum Teil beruhigende Lösungen. Es sind Lösungen, die genauso wie damals in Samaria gesagt wurden, die Kraft Gottes wirkt. Nur diese Kraft ist garantiert nicht von den Christen. Und das ist das, was mich heute bewegt, dich so ein bisschen auf etwas anderes umzulenken. Nämlich, dass du dir die Frage stellst, bin ich heute tatsächlich so attraktiv, wie attraktiv Jesus gewesen ist? Oder wie attraktiv die ersten Jünger waren? Eigentlich leben wir in einer Zeit, in der wir umso stärker, umso mächtiger, umso kräftiger sein müssten. Wir sollten das Reich Gottes, das Jesus gesagt hat, ist hier eingetreten. Die neue Zeit ist angebrochen. Wir sind die Vertreter dieser Zeit. Und wir sollten in der Lage sein, diese Zeit auszubauen, das Reich Gottes auszubauen. Stattdessen haben wir Angst vor einem anderen Reich, das sich ausbreitet. Lass uns ein bisschen weiter gucken. Apostelgeschichte, Kapitel 19. Gott hat durch die Hände von Paulus ungewöhnliche Wunder gemacht. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren die aus ihnen aus. Hier vielleicht erst mal auf die Übersetzung, auf die griechische Wurzel dieser Bibelstelle oder dieses Verses 11. Hier steht, Gott hat durch die Hände von Paulus ungewöhnliche Wunder gemacht. Im Original steht, er ließ, er verlieh Paulus, die Vollmacht, die Kraft. Das heißt, durch die Hände, also mit Paulus seinen Händen, arbeitete in diesem Moment nicht Paulus, sondern hier steht ganz genau, Gott hat durch seine Hände gearbeitet. Er hat seine Hände genommen und hat damit diese Dinge getan. Besser gesagt, er wirkte durch Paulus. Ich möchte dir heute damit sagen, Gott braucht jemanden, damit er in dieser Welt wirken kann. Nicht wir brauchen Gott, ja auch, ja, aber wir sind immer diejenigen, Gott, ich brauche dich, Gott, du fehlst mir, Gott, ich brauche dich. Aber Gott möchte sagen, mein Lieber, ich brauche dich. Walter, ich brauche dich. Warum tust du nicht das, was ich tun will? Und ich schreie Gott, wo ist dein Wille? Und das ist das Wichtige, was wir heute verstehen müssen. Gott möchte heute attraktiv sein. Gott möchte heute seine Kraft, seine Vollmacht in dieser Welt groß machen. Er möchte sein Reich ausbauen. Er möchte, dass die Menschen glücklich und befreit sind. Er hat nur keine Menschen, die sein möchten, seinen Willen in dieser Welt austragen. Und das ist das Problem. Deswegen müssten wir heute uns verändern. Was tat nämlich Gott durch Paulus? Genau dasselbe. Hat er Freibier ausgeteilt? Hat er Zelte verkauft? hat er Lobpreisteam aufgesetzt? Nein. Menschen, die im Leid waren, Menschen, die gefangen waren, Menschen, die Hunger hatten, Menschen, die keinen Ausweg hatten, hatten durch Paulus Befreiung erlebt. Das ist das, was attraktiv ist. Das ist das, was cool ist. Das ist das, was interessant ist. Wenn man zum Beispiel die Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegten, wurden sie gesund. Stell dir vor, jemand berührt das, was du angezogen hast und plötzlich steht er auf und fängt an zu laufen und tanzen. Wäre das nicht der Hammer? Wo ist das? Das ist das, was wir genau sagen. Deswegen habe ich die Frage ganz bewusst und provokant damals gestellt. Was würdest du über einen Mentalisten sagen, wenn ich ein Mentalist bin? Die meisten von denen, die zugehört haben, haben gar nicht die Tiefe Gottes darin erkannt, sondern die haben gesagt, Mentalist ist vom Teufel aus, und wenn du das schon überhaupt erwähnst zu sagen, dann bist du einer vom Teufel. Warte, halt. Das, was Gott tut, ist vom Teufel. Das, was Jesus getan hat, ihm wurde genau dasselbe vorgeworfen. War das vom Teufel? Genau das ist das Problem. Wir sind total verschlossen, Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Nein, wir müssen nicht übernatürlich sein. Nein, wir müssen uns nicht besonders heilig stellen und verändern. Nein, wir müssen die Macht Gottes in unserem Leben zulassen. Und deswegen steht hier, Gott hat durch Paulus ungewöhnliche Dinge getan. Ungewöhnliche Wunder getan. Was bedeutet das Wort ungewöhnlich? Wunder, die bis dahin nicht gewöhnlich waren. Wunder oder Dinge, die bis dahin nicht praktiziert wurden. Bedeutet Totenauferweckung wurde das getan? Ja, wenn jetzt Paulus Tote auferweckt hat und das hat er garantiert immer wieder gemacht, das sehen wir auch sogar in der Bibel niedergeschrieben, dann war das gewöhnlich. Verstehst du? Das waren Dinge, die normal waren, die der Klassiker waren mittlerweile bei den Christen. Wenn heute ein Toter auferweckt, ist das für uns total ungewöhnlich. Wir würden alle, wer weiß wie, reagieren. Ich habe noch nicht sowas gesehen, aber ich glaube, dass ich das sehen werde. Ich glaube daran, dass ich das machen werde. Aber ich stelle mir vor, wenn ich das erste Mal erlebe, wie ich darauf reagieren werde. Verstehst du? Aber das, was bei Paulus hier war, oder was hier beschrieben wird, diese Dinge waren Normalität. Es waren neue Dinge da. Neue Dinge, nämlich, dass Tücher berührt wurden und dadurch die Menschen gesund wurden. Dadurch wurden die Besessenen befreit. wenn ich heute ein Tuch versenden würde. Das ist damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, gedacht, komisch, was ist das denn wieder für eine Lehre? Die verschicken Gebets Tücher. Aber ich habe immer wieder diese Bibelstelle in der Bibel gelesen, nur ich habe nie darüber nachgedacht, was das ist. Und das ist wichtig. Gott möchte heute, dass du Klassiker tust und noch mehr tust. Dass du ungewöhnlich bist, dass du attraktiv wirst. Nicht deswegen, weil du super hübsch aussiehst. Nicht deswegen, weil du gerade der reichste Mensch im Dorf oder in der Stadt bist. Auch das gehört dazu. Ich lehne das jetzt nicht ab. Ich lehne auch heute Lobpreisteam nicht ab. Die beste Musik sollte dieser Welt christlich sein. Das ist meine Einstellung. Die Befreiung kommt durch die Musik. Das ist meine Einstellung. Die Befreiung geht durch die Finanzen, die durch die Christen geht. Das ist meine Einstellung. Aber er sollte noch mehr sein. Wann wird ein Christ attraktiv? Wenn er offen für die geistliche Welt ist. Wenn er ungewöhnliche Dinge tut, die bis dahin nicht gemacht worden sind, wenn heute plötzlich durch dich und durch mich Dinge passieren, die keiner so bis jetzt gesehen hat, das ist attraktiv. Das ist das, was wie ein Magnet wirkt. Das ist das, was wir bringen sollten. Okay. Wir sehen weiter am Ende noch Vers 17. Da ist noch ein super Abschnitt dazwischen. Aber ich möchte einfach diesen Vers noch vorlesen. Diese Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt. Juden wie Nichtjuden erschraken und sie ehrten und priesen den Namen von Jesus dem Herrn. Die Menschen, die da waren, haben Jesus geehrt. Haben die Lehre Jesu geehrt. Die Christen geehrt. Die Christen waren nicht diejenigen, die sich verstecken mussten mit Scham bedecken mussten, wie das oft heute der Fall ist, sondern die waren beliebt. Jeder wollte ein Christ sein. Man versuchte sogar etwas zu kaufen, was die Christen hatten. Das war etwas Besonderes. Das spricht für die Attraktivität. Johannes Johannes Kapitel 14 Vers 12 Da sagt Jesus eine sehr gute Aussage und damit möchte ich heute beenden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Jesus sagt hier, das was ich getan habe, wenn du heute an Jesus glaubst, wirst du die Dinge tun. Wenn ich diese Dinge heute nicht tue, dann muss ich mir die Frage stellen, glaube ich an Jesus? Warum? Weil Jesus sagt, wenn euer Glaube wie Senfkopf sein wird, dann werdet ihr diese Dinge tun, weil er genau dasselbe sagt, ihr werdet zu dem Berg sagen und so weiter. Wenn ihr einen Glauben wie ein Senfkopf habt, werdet ihr diese Dinge tun. Wenn ich heute sage, ich glaube an Jesus, aber diese Dinge passieren nicht in meinem Leben, die Jesus hier getan und er sagt, diese Dinge werdet ihr tun. Wenn diese Dinge nicht in meinem Leben passieren, dann frage ich dich heute, an wen glaubst du? An wen glaube ich? Ich überprüfe genau deswegen, das ist mein Maßstab geworden. Mein Ziel ist, jeden Tag mehr zu erfahren, was ich in Jesus kann. Und ich weiß ganz genau, ich habe da noch Erfahrungen zu sammeln ohne Ende, aber ich bekomme immer mehr Glauben und Überzeugung darin, dass es überhaupt kein Ding ist, kein Problem ist. Ich werde demnächst noch ein anderes Thema teilen, das super herrlich ist, was gerade über Glauben spricht. Aber wenn ich heute nichts habe, was die Jesus gemacht hat, dann stellt sich die Frage, woran glaubst du? Dann glaubst du nur an Märchen, die in der Bibel geschrieben sind. Oder du glaubst an eine Religion, die dir schmackhaft gemacht worden ist. Das sind Alternativen, aber das ist nicht die Jüngerschaft Jesu. Und ich möchte heute dich nicht beleidigen, nein, um Himmels Willen. Du kannst weiterhin Christ bleiben, wenn du ein Christ bist. Es geht mir nicht darum. Ich zweifle auch deine Errettung nicht an. Vielleicht bist du derjenige, der mehr deine Errettung anzweifelt, als ich heute. Ich glaube daran, dass du errettet bist. Und wenn du heute noch nichts mit Christus zu tun hast und jetzt in diesem Moment sagst, Jesus, ich möchte errettet sein und ich nehme diese Errettung in deinem Namen an, weil du für mich gestorben bist. bist du ab dieser Sekunde errettet und ich glaube zu 100% daran. Egal ob du ab diesem Zeitpunkt in die Kirche gehen wirst oder nicht, das ist was ganz anderes und das spielt in diesem Moment überhaupt keine Rolle. Du bist in diesem Moment errettet. Aber damit du in dieser Welt attraktiv wirst, damit die Menschen, die dich sehen, sagen, ich möchte genauso sein oder das haben, was er hat, dann müsstest du wenigstens einen glauben wie ein Senfkorn haben. Und das bedeutet aber, dass du dich öffnen musst für die übernatürlichen Dinge, die damals in der Bibel waren. Die sind heute genauso präsent. Gott möchte die genauso machen, wie er damals getan hat. Das Problem ist nur, dass wir Menschen dazu oder dafür nicht bereit sind. Wenn heute einer aufsteht und sagt, ich möchte genauso ein Mentalist sein, umso mehr, umso stärker, dann werden diese Menschen verurteilt und als Satanisten abgestempelt. Wobei das, was Satan hat, von Gott kommt. Satan ist kein Schöpfer. Ich wiederhole das immer wieder und immer wieder. Satan ist eine Schöpfung und das, was Satan anwendet, ist nur die Regel der Schöpfung. Die Regel hat aber Gott aufgestellt und du bist derjenige, der das Recht hat, das offizielle Recht hat, diese Regeln in deinem Leben anzuwenden. Und deswegen, wenn ein Mentalist heute etwas erreicht hat, dann kannst du genau in dieser Atmosphäre umso mehr erreichen mit Gottes Kraft. Weil das, was er hat, verwendet er, nur weil er die Gesetze Gottes, die er natürlich nicht von Gott bekommen hat, sondern durch einen Lügner. Aber er wendet die Gesetze an. Und Gott möchte dir heute legal dieselben Gesetze schenken. Ich möchte dich dazu motivieren, das in deinem Leben aufzunehmen. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefällt, teile es mit anderen. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir eine Erweckung erleben. Nicht aus dem Sinne, dass Gott irgendwas Übernatürliches in diese Welt schickt, sondern Erweckung, die durch übernatürliche Menschen in dieser Welt beginnt. Das ist die Erweckung. Christen, die echte Christen sind. Christen, die wissen, wer die sind. Das ist eine Erweckung. Je mehr von diesen Menschen in dieser Welt sein wird, umso mehr und umso stärker wird Gott sich in dieser Welt ausbreiten können. Und er ist nicht derjenige, der Tyrann ist, der die Sünder töten will. Nein, er ist in diese Welt gekommen, um für die Sünder zu sterben. Das ist Gott. Das ist die Liebe. Sei zu die Sünder Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.